Das ist echt eine nice Waffe. Die wollen wir haben, Ladies and Gentlemen. Hier bei meinem Lebensgefährten Niakin, der hier hinter den Monitoren sitzt. So, okay. Lasst uns beginnen. Göttliches Werk und let it go. Ein Banner. Schon seit Tagen für die Verstärkung. Weiter. Come on. Gib uns. Gib uns was Schönes. Was Wunderschönes. Aber bitte diesmal irgendwas Fünf-Sterne-mäßiges. Nur heute mal. Für mich. Für uns. Für die Community. Ich höre die Herzen brechen. Ja. Oh. Zumindest mal vier Sterne. Opferrituale. Ja. Barbara oder sowas. In der Art. Oder für irgendeine Hexe. Hast du eine Ingerinne? Ja. Nur die Standardglaube hast du. Schwarze. Bla, bla, bla. Good luck. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Schwerte Dämmerung. Brauchen wir nicht. Weiter. Das ist keine Waffe. Achso. Okay. Vor allem, warum gibt es sowas nicht von den Artefakten, frage ich mich. Also so Opferritual-Zeugs. Warum, warum, warum gibt es da keine, 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 keine Artefakte von? Das nervt voll. Es muss doch auch irgendwas geben, um die Artefakte mehr zu pushen zu können, ja. Ich kann ja nicht ständig hier irgendwelche Kisten öffnen. Harz haben wir ja halt nicht so viel zur Verfügung. Gibt's was? Für die Artefakte gibt's zum Aufwerten irgendwas? Oder was? Oder was meinst du? Ich meine jetzt nicht für die Waffen. Keinig. War bei Waffen. Achso. Ist nicht so viel zur Verfügung. Nur knapp 400 Euro. Ja. Wenn man kein Geld investiert. Das meine ich. Das meine ich. Dann gibt's da nicht so viel Harz. Das ist eigentlich gar kein Harz, ja. Und dann kostet das auch noch übelst viel. Für 60 komische, für eine 60er Aufladung. Ich bin doch free to play, ja, so grad. Klar. Klar bist du free to play. Nie was anderes behauptet du. Opferbogen. Opferbogen. Wird auch noch eine Zeit bleiben. Ich finde halt wirklich ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt, wären halt ganz nett zum Ändern. Nochmal vier Sterne. Vier Sterne haben wir Opferbogen. Oh, nochmal vier Sterne. Mein Gott. Hintereinander weg. Was ist da los? Opferritual. Sehr gut. Ja, nehmen wir auch alles mit. Aber wir brauchen jetzt tatsächlich noch dieses wunderschöne Schwert hier. Hey, komm, gib uns. 1.1 geändert. Das will ich mir jetzt ein... Ach, das System wird geändert? Davon habe ich jetzt aber nichts gelesen, dass das System irgendwie hier intern so geändert wird. Wir haben noch nicht die Hälfte. Wir haben noch nicht die Hälfte. Ne, wir sind zu weit im Spiel. Bringt drei Sterne Zeugs gar nichts mehr. Wieder ein Opferschwert. Wie Automaten. Naja, ist halt ein Gacha-Game, ne? Ist Gacha, kommt ja da von China, ne? Von China, von diesen kleinen Automaten, wo man da irgendwie was reingesteckt hat und je nachdem YOLO was rausbekommen hat. So diese kleinen Kugeln, ne? Waren auch hier diese kleinen Kugeln, ne? Die man da so just, äh, also so glücksmäßig rausbekommen hat. Entweder es war halt was Gutes oder was Schlechtes. So ungefähr. Deswegen, ja, Gacha-System. China oder Korea? Irgendwo. Irgendwo da. China, Korea. Irgendwo wird es gewesen sein. Ah, nein. Nein. Jo, bin fast fertig mit dem Battle Pass. So, jetzt haben wir die Hälfte ungefähr beschworen. Die Hälfte haben wir jetzt. Von, also wir hatten ein bisschen was über 8000. Eine 10er-Beschwörung? Chat, eine 10er-Beschwörung, ja oder nein? Eine 10er-Beschwörung, ja oder nein? Haut rein. Ja oder nein? 10er-Gor. Ja, mal so zu abwechseln, aber nur eine. Ja, mach. Ja, ja, okay. Oh, ich will ganz schön gucken, wie ich mir nicht hingucken. Oh. Ach. Hm. Komm, dann lass uns nicht nur ein 4-Sterne gewesen sein in der 10er-Beschwörung. Aber ich glaube, war nur eins, ne? Guck mal, das fünfte Apferschwert. Ja. Oh. Drachenschreck. Immerhin Drachenschreck. Immerhin, mal keine Opfergabe. Nichts, keine Opfergaben hier. Oh, komm. Was für Opferwaffe. Na, die Lanze, die habe ich auch. Die ist nicht schlecht. Hau was raus jetzt, ja. Rabenbogen. Mein Gott, ey. Ich dachte gerade, ja, da kamen so Blitze. Die Lanze ist nice, aber schlechter, als die man bauen kann, leider. Ehrlich, ja? Von den Lanzen habe ich mir tatsächlich noch keine gebaut. Nur von zwei Hand. Die ist nicht so gut. Dann war es eine andere, die ich meine. Aber die Lanze sah nice aus. Sag mal es mir so. Die Lanze sah nicht schlecht aus. Ich bin auch noch nicht so weit mit dem, mit dem Waffen. Weil ich ehrlich gesagt auch noch nicht, was ich nehmen soll. Bei dem Pass. Ey, komm, jetzt gib uns. Ja, doch, 1300. Och, komm. Hau jetzt rein. Los. Wieder vier Sterne. Opfer, Opferwaffe. Ja, Skilabs, wenn er es überhaupt noch braucht. Die meisten haben ja übelst viele Barbaras gezogen und so weiter. Oh, ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Gib uns. Gib uns jetzt. Hier, komm. Aber das ist nicht das Schwert. Das ist nicht das Schwert. Ist das auch gut? Ist das wenigstens auch gut? Das ist... Wie, Ripp? Wie, Ripp? Nicht, Ripp? Bitte nicht. Please. Ist der gut? Das Spiel träut so mega hart. Wie, Ripp, Ripp, Ripp? Sie ist okay? Okay. Hey, was ist denn okay? Oh, mein Gott. Dann kommt das da schon orange. Okay, Bogen für... Äh. Angriff bei einem Treffer 6 Sekunden lang um 3,2%. Sie war Stapelbohr. Okay. Abklingtzeit durch den Schaden nach Reichen des Stapellimits um 12%. Basis... Basis, Angriff, Crit. Komm, hier ist Crit dabei und Angriff. Das klingt doch gut. Ja, ich finde auch, das klingt doch super. Also hier, Crit, Angriff, Skill klingt gut, ist stapelbar. Eigentlich so gut wie keine Abklingzeit. Und erhöht den Schaden nochmal um 12% des Stapellimits. Gut, ist halt die Bestwaffe für Zion Ling und Xiao. Ja, eben. Also ich finde jetzt, die klingt vollkommen in Ordnung.